Mein Name ist Jan Heitmann, ich bin Redakteur beim Magazin der Süddeutschen Zeitung und habe vor kurzem den serbischen Regisseur Emi Kosturica interviewt, gemeinsam mit meinem Kollegen Lars Reichert und dem Fotografen Julian Baumann. Das Ganze war so ein bisschen eine Husarenaktion, weil wir nach Belgrad fliegen mussten und dieses Dorf, in dem Emi Kosturica wohnt und das er selber nach seinen Vorstellungen hat bauen lassen, an der bosnischen Grenze liegt. Das sind dreieinhalb Stunden entfernt von Belgrad und wir mussten dann nachts durch die Berge dort fahren und das war so eine ziemlich anstrengende und spannende Fahrt. Das war eben auch ehemaliges Kriegsgebiet im Bosnienkrieg und ist heute halt befriedet, aber immer noch eben eine arme Gegend und auch eben eine früher sehr stark umkämpfte Gegend und umso mehr ist es dann merkwürdig, wenn man aus dieser eher armen Gegend mit dem Auto plötzlich vor Küstendorf hält. Da gibt es so einen Zaun drumherum und dann kommt man da hinein und dann hat man halt diesen Blick in eine Art Westerndorf, was so ein bisschen zwischen Disneyland und ja eben Westerndorf ist und da steht halt dann einen unheimlichen Widerspruch zu dem, was man vorher gesehen hat, also diese eher diese Armut in den Dörfern und das erstaunt einen schon mal und Kosturica selbst hat dann gesagt, er wolle sich da eine Art Utopia schaffen und man sieht halt überall auch so kleine Hinweise auf seine Haltung, die auf der einen Seite ja ist, dass er westlichen Komfort schon sehr schätzt, also er hat ja lange auch in Paris gelebt und auch in New York und es gibt dort eben natürlich sanitäre Anlagen, es gibt einen sehr guten Weinkeller in dem Lokal und solche Dinge, also die man jetzt nicht unbedingt in der Gegend erwarten würde. Auf der anderen Seite hat er halt eine, sagen wir mal, antikapitalistische und eine Haltung gegen die USA und auch das sieht man dann eben überall zum einen, indem er dann jemanden wie Che Guevara sehr feiert und eben das Wandgemälde von Che Guevara gibt. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch so kleinere Gemälde Bush, also der ehemalige US-Präsident hinter Gittern, den man dort sehen kann und das alles wirkt so ziemlich bizarr auf jemanden, wenn man dort hinkommt, aber eben auch ganz einladend auf der anderen Seite. Es gibt dann auch biologisch angebautes Gemüse, was man dort essen kann. Also das ist alles in allem sehr, sehr widersprüchlich und entspricht damit aber eben auch Emile Kosturica, der auf der einen Seite wirklich eine charismatische und interessante Figur ist und auf der anderen Seite aber eben auch jemand ist, der mit sehr harten Thesen gegen die Bosnia und für die Serben regelmäßig provoziert. Und dann stand eben noch, war noch die Frage, wie wir denn das Foto machen würden von ihm und es gibt zu dem Hotel gibt es einen Pool, einen wirklich sehr, sehr schönen Pool und die Idee war dann eben, ihn in diesen Pool zu stellen, am besten in der ganzen Montur. Wir haben ihn gefragt und er hat dann sofort Ja gesagt, das macht er. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass er selber Filmemacher ist und deswegen natürlich auch weiß, dass man ganz gut inszenierte Bilder braucht. Irgendwann hat er dann gesagt, jetzt wird es ihm reichen. Er ist dann in die Umkleidekabine gegangen, hat nochmal geduscht, kam dann wieder zurück, hatte noch so das Handtuch um die Hüften geschlungen und hat dann immer weitergeredet, weil der hatte sich so in Fahrt geredet, eben über diese ganze Balkanproblematik, über den Bosnienkrieg, das ist ein Thema, was ihn sehr beschäftigt und hörte dann gar nicht mehr auf zu sprechen darüber. Stand dann also mit dem Handtuch um die Hüfte geschwungen vor uns und sprach weiter und wir haben ihn dann sozusagen noch weiter interviewt und das ging dann bestimmt noch so zehn Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.